Alfa Romeo Giulietta Autor Diesel-Zank Kenzi Video Alfa Romeo denkt voraus und blickt zu unbekanntes Zeichen rück. Der seit Ende 1986 zum Fiat Con unbekanntes Zeichen zähn gehörende Autohersteller beginnt in diesen Wochen mit den Vorbereitungen für seine Feierlichkeiten zum Bestehen seit 100 Jahren. Gleichzeitig bereitet Alfa Premiere und Markteintritt seines seit 23 Jahren, damals Alfa 164, wichtigsten neu unbekanntes Zeichen N-Modells vor. Der Alfa Giulietta soll für die Konkurrenten in der sogenannten Golfklasse auf Jahre hinaus die Masch der unbekanntes Zeichen B bei Technik und Design setzen. Der mit einer Länge von 4,35 Meter aufwartende Giulietta ist Nachfolger des vor der Zeit gehörenden Zeichen alternden Typs 147 und mit Ausnahme der bekannten Triebwerke beinahe komplett neu konstruiert worden. Auf dem Deut unbekanntes Zeichen Schienmarkt debuttiert der im Vergleich zur Konkurrenz deutlich gewachsene Gier unbekanntes Zeichen Leerda im Mai, seine Premiere feiert er auf dem Automobilsalon in Genf, 4. bis 14. März, seine Preise beginnen wohl in der Nähe von 20.000 Euro. Und werden für die mutig motorisierte QV-Spitzenversion über 30.000 Euro liegen. Im viertürigen Heckklappen Giulietta verbinden sich nach erster Besichtigung tatsächlich die Lässigkeit des südländisch inspirierten Designs, der ambitionierten Technik sowie der unvergänglichen Tradi unbekanntes Zeichen Thion. Und der Name signalisiert jene uner unbekanntes Zeichen schrockene Agilität und unverholene Leistungsbereitschaft, die den Alfa schon vor 50 Jahren auszeichnete. Sonst ist alles anders, Frontantrieb, manuelles 6-unbekanntes Zeichenganggetriebe, 4 Zylindermotoren mit Euro5-Eigenschaften und Diesel mit D-unbekanntes Zeichen Rektereinspritzung sind obligatorisch. Zwei Benziner, jeweils mit 1,4 Liter Hubraum, einer davon mit der neuen Multi-Unbekanntes Zeichen R-Technik und Abgasturbauader, 125 kW-170 PS, sowie ein weiterer, aufgelade unbekanntes Zeichen Nähr-Automotor mit 1,8 Liter Hubraum und 173 kW, 235 PS, sind zusammen mit 2,4 Ventil-Dieselmotoren, 77 kW-105 PS oder 125 kW-170 PS, für den Antrieb zuständig. Für das skulpturähnliche Design ist Christopher Reitz verantwortlich, er hat allerdings mittlerweile das Unternehmen mit noch unbekanntem Ziel verlassen. Das Ergebnis seiner Tätigkeit zeigt, Alfa Romeo kann durchaus zeitgemäß und zu unbekanntes Zeichen kunftsweisend interpretiert werden, ohne deshalb die Tradition des Unternehmens zu vernachlässigen. Die Beschränkung auf eine sehr geringe Menge von Zitaten, nah unbekanntes Zeichen türlich das Schild in der Fronthaube oder die Art des Versteckens von Griffen der hinteren Türen, verleiht dem Alpha-Giolid unbekanntes Zeichental in Verbindung mit dem plastisch hier ausgearbeiteten Karosserie-Körper fast den Wert einer Erscheinung im Straßenverkehr. Noch sind in und um Mailand nur die zum Teil abenteuerlich verklebten und getarnten Prototypen unterwegs. Aber auch sie tragen bereits jene Proportionen, die für Alpha-Wesen sprägend sind, Trotz der neuen Bestimmungen zum Fußgänger unbekanntes Zeichenschutz atmet die Frontpartei die Hitze des Asphalts, das hergeregt sich mit rundli unbekanntes Zeichen-Tierabrisskante nach oben und die rela unbekanntes Zeichen-Tiff hochsitzende Gürtellinie für zu schmalen Fenstern, woraus im Geradumi unbekanntes Zeichen-Gen-Innenraum eine eher intime Fahrersie unbekanntes Zeichen-Tuation entsteht. Unter dem Karosserie-Kleid hat sich wo unbekanntes Zeichen möglich ein für Alpha-Romeo wichtiger Vorgang ereignet, es geht um das jetzt an der unbekanntes Zeichen-Kante-Primat jenes technischen Fort-unbekanntes-Zeichen-Schritts, den keiner sieht, deren Ergebnis unbekanntes Zeichen sie aber jeder entweder täglich erfährt oder im schlimmen Fall des Unfalls erlebt. Neue Crash-Zonen mit einer zusätzlichen Verstärkung zum Ableiten der Energie im bestimmte, Zur Verformung vorgesehene Karosserie-Teile sollen in Verbindung mit etlichen Airbags für höheren Schutz so unbekanntes Zeichen gehen. Der gezielte Einsatz von Leichtbau unbekanntes Zeichen-Materialien hat dafür gesorgt, dass der Juliet-Time-Vergleich zum kürzeren und schmalbrüstigeren Alpha 147, Länge 4,22 Meter, trotz zahlreicher Maßnahmen zur Steifigkeit und Stabilität lediglich 60 Kilo unbekanntes Zeichen-Gram mehr wiegt. Im Fiat-Konzern recht unbekanntes Zeichen näht man mit rund 100.000 Giulietta-X im unbekanntes Zeichen-Plan für ein komplettes Produktions-unbekanntes Zeichen-Jahr. Das ist die richtige Zahl für 100 Jahre Alpha-Romeo. Alpha-Romeo Giulietta-Autotest Selmk-Kentzi Selmk-Kentzi Alpha-Romeo Giulietta-Autotest Selmk-Kentzi